Hallo Leute, heute zeige ich euch mal die neue E-Series von Segway. Ich hoffe ihr bekommt einen kleinen Eindruck, wie sie so läuft, wie sie so mäht. Die H-Serie kennen wir ja bereits alle schon. Über ihre Mähleistung und ihre Zuverlässigkeit ist ja viel bekannt. Aber nun wird es Zeit für etwas Neues. Viel Spaß bei diesem Video, um einen kleinen Eindruck der E-Series zu bekommen. Das ist ein bisschen besser. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020